herzlich willkommen meine lieben freunde hier zum seven dice together mit der verrückten apokalypsen wg ich war jetzt schon ein paar folgen nicht mit dabei und ich wundere mich jetzt hier so ein bisschen warum hier keiner ist mal rausgehen macht wird ja schon draußen dunkel noch nicht ganz so gehen wir kurz raus sind bestimmt draußen die leute nein keiner draußen hier da müssen wir wohl walkie talkie aktivieren ach donk walkie talkie ufo an apokalypsen wg ufo an apokalypsen wg wo seid ihr hallo wo hallo wo seid ihr ja mensch du warst ja eine ganze zeit lang unterwegs wir sind umgezogen echt ja wir sind ja nach norden sind wir gegangen in der waldhütte das war sicherer nach norden wir waren wir waren ungezogen und sind umgezogen immer dem fluss entlang nur die mit den büchers wenn du möchtest stelle ich ein kleines team zusammen dann können wir dich abholen ich komme schon in eure richtung gerannt so langsam sehr gut das ist glaube ich gar nicht so weit nee ist nicht allzu weit du müsstest es schaffen bevor es dunkel wird ich werde mir noch schnell ein paar bäume zur sicherheit muss ich noch über dem fluss rüber her normalerweise schon auf die karte ja musst du seid ihr in so einer art wüste nee da musst du einmal komplett durch wir sind in einem waldgebiet ok ich stelle den ufer mal geleitschutz ich komme gleich wieder ich bringe auch sachen mit ist noch was drüben in der in der bude oder was die ist eigentlich leer die guten sachen alle schon mitgenommen ist noch der müll dort meine lieben lieben zuschauer als ihr falls du gerade zuhörst haben schon drüber gesprochen wir haben schon überlegt ob wir die ganze sache komplett absetzen weil die die resonanz von den zuschauern fehlt uns komplett wir wissen jetzt überhaupt gar nicht gibt da zwar ein paar klicks aber ob die nur zu zufall entstanden sind oder ob da wirklich menschen gucken deshalb würde ich euch mal bitten wenn ihr nicht wollt dass wir die ganze sache hier absetzen dass er vielleicht mal wirklich mal einen kommentar schreibt vielleicht einfach nur piep würde schon reichen immer piep sagen da würden wir uns schon sehr drüber freuen wollte ich jetzt nur mal kurz zwischendurch mal erwähnen genau da hast du vollkommen recht ich meine ein kommentar das wäre schon mal was wenn nur einer schreibt der will es weiter sehen weil sonst können wir auch so spielen dann brauchen wir nicht aufnehmen genau weiter geht das hier nämlich trotzdem egal ob ihr das wollte oder nicht so so wo ich bin hier hier hinter vor dir hinter dir wie auch immer da wollen die krankenschwester war hast du die getötet natürlich ich hoffe uns hat keine lange die riechen immer so komisch krankenschwester wer rennt da hinten was sind hallo wir sind wir sind wo seid ihr ja kann ja jeder sagen also wir sind hier wo seid ihr da gut dann auf zum bettmobil zeig mal zeig mal neuer oder unser neuer dingster bumster oder viel nur mit brunnenbrille was ich schon raus gemacht extra wenn der ufo zurückkommt ja die die alten lederhosen im keller versteckt liegt jetzt auch durch die dicken jacken und so nicht mal deine klapper dünne figur der stimmt wird gut versteckt ich kann ja leider kein hut aufsetzen weil sonst ist mein cooler nicht mehr zu sehen da musst du löcher reinschneiden den hut das geht dann schon richtig es gibt es die seiner hüte und löcher wer ist denn heute eigentlich alle dabei zieht doch mal auf die dabei sind die stammbelegschaft plus ufo genau der herr ufo mann ist dabei der herr zordern ist dabei genau der herr von der fliegen von der nur genau wie macht man eigentlich die flashlight an mit f dann der herr wildgeist hallo und die frau dark side ufo bist du noch bei uns ja hier ist unsere hütte oder das ist genau so aus wie die da ist es deswegen haben wir es ja wieder bezogen wir haben unser haus wieder ja nicht also ich sag mal das ist beim beim gleichen ikea gekauft worden aber ich schon anderes vielleicht noch machen das geschoss oben drauf letztens da waren wir ja dabei eine betonmauer aufzubauen worden von jahren sogar steht das auto da hinten das habe ich auch gar nicht an die zelte ach stimmt ja wisst ihr schon wann die version 12 rauskommen soll ne habe ich noch nichts gehört da kriegt man irgendwie gar nichts mit du siehst du mal bloß dass es irgendwelche updates hat eventuell im moment patchen sie halt viel aber noch nichts gleich vorbereitungen aufs große update freue ich mich schon drauf auf jeden fall da ist bei mir okay jetzt habe ich hier gerade noch ein paar steinchen steinchen gut dann nehme ich auch steinchen mit also jetzt jetzt kann man ja zum glück wieder die die flugzeuge sehen ich weiß nicht ob das schon mal bemerkt hatte oder ob ich das schon ob hier schon mal eins vorbeikam warum konnte man die zeit lang nicht sehen ja irgendwie sind da hast du immer gehört und hast du dann nirgends gesehen wo die wo die wirklich sind aber das haben sie behoben das war eins der patches alles gut weil beim letzten mal haben wir sie noch nicht gesehen konnte und jetzt jetzt mockert das auch wieder schön mit orangem rauch und so die kisten die kann ich noch mal die waffe weggelegen und mit kuh schmeißt du runter schmeißt das aus dem inventar doch nicht wegschmeißt jeder sich mit der faust und weg habe keine haken aus den leeren inventarplatten dann wählst du den 1 oder so hin der setz war ja also ich denke wir gehen langsam zurück zur hütte ich glaube hier sind auch schon besucher unterwegs hast du hier schon schlafsack gesetzt ich habe gar keinen stoff haben wir eigentlich genug also ich habe ja ein paar hundert stoff besorgt ja ja er hat uns den er hat uns den stoff besorgt den marken stoff den guten akkalypsen stoff aus hat leckisten cool das ist dann drin subli es mögliche alles mögliche okay ich versuche zu sortieren wir sortieren seit dem letzten mal wer rennt denn jetzt noch außerhalb rum ich habe alles schon fertig sein können der verrückte jäger ich habe mal so was das hilft nichts zu leuchtet dauerhaft dem multiplayer echt ja schade ist für pvp natürlich sehr interessant ja das war warte mal haben wir jetzt eigentlich nie wir müssten irgendwas mal machen dass wir hier die treppen treppe verschließen einfach lassen bloß ein paar holzrahmen hinsetzen oder so der delfino wollte ja nicht dass wir die die treppe abschlagen ja nö soll ja auch nur dass man die des nächtens zustellen kann und dann morgens macht man es wieder weg hier verpasst ich da mal ich habe jetzt die alternativmethode genommen die lassen sich ja gar nicht setzen oder doch geht 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 da geht sehr schön das ist natürlich auch gut so nun können sie kommen komme ich jetzt aufs dach ach es ist ja noch nicht ist ja gerade 18 uhr mensch die die gucken noch nach sesamstraße und und sandmännchen sandmännchen was haben wir denn überhaupt tag drei heute im radio gehört bernd das brot hat eine schule besucht lecker in einem toster die kinder dachten natürlich alle dass bernd das brot ist war aber nur ein typ in einem wie zwei mal zwei meter großen schaumstoff viereck er hat irgendwie kaum durch die schultüren durchgepasst und etwa wie 30 grad plus und der musste dann zum schluss noch mit den kindern fußball spielen ich kann mir schon ich kann mir schon gut vorstellen was sich der typ gedacht hat ja ist es eine studentische auswichtskraft war hat da bestimmt auch richtig viel dafür gekriegt vermutlich hat er gar keins gekriegt ja wahrscheinlich als praktikant stunden ich bin mal bernd das brot alter kommt ins fernsehen und so ein prakti brot mehr korn genau jetzt stehe ich hier wache ist ja auch eher langweilig ja ja die kommen schon wieder das ist doch was haben wir eigentlich hier im umkreis irgendwelche höhlen sehe ich jetzt nämlich gerade keine obwohl das in normen könnte eine sein oder dass da auf der karte ja nee das ist glaube ich das loch was ich gebuddelt habe um wieder rauszukommen aus dem loch in das ich reingefallen bin also im süden hätten wir drei höhlen ja die sich auf unserem weg quasi wo wir hergekommen sind genau aber die eine die sowas von sacken steil dabei schon mal drin da musste ich mich raus buddeln wir haben ja vorräte hier ohne ende alter brauchen mehr wir brauchen dringend mehr eisen dass wir vernünftige werkzeuge bauen können weil so kommen wir nicht voran vor allen dingen brauchen wir dringend mehr eisen damit ich endlich die mauer bauen kann du willst eine eisenmauer bauen nein ich will eine betonmauer bauen und möchte aber gerne stahlbeton haben und dafür brauche ich iron pipes um rebar frames zu machen und die dann mit beton voll zu gießen hat das denn inzwischen höheren effekt als die normalen betonlöcke ja definitiv die dinger kriegst du nicht kaputt sehr gut du musst wissen frau dark side ist von natur aus stahlbeton bauerin jeder hat seine hobbys ja sicher naja das merkst du erst daran wenn du durch die gegend läufst und so eine russische hammerwerfer dann sagt respect genau ich glaube ich habe eine zarte stimme und dann so eine gewaltige stahlbauerin dahinter bist du oben auf dem dach natürlich was soll er denn sonst sein gehe ich auch mal meinem hobby nach ich lauf streifen ist ja noch keiner da finde du siehst heute aus wie der sänger von youtube das ist gut du hast auch ein bisschen x-beine und schlag was schlag ohren schlag hosen ich brauche mehr steine ja möchte einer den tunnel weiter ausbauen also ich gehe gerne farmen aber erst wenn es wieder hell ist das loch zum farmen wäre unten in der toilette also so wäre es jetzt nicht richtig am klo da ist ein tunnel und da bräuchte nur ja wir wollten einen tunnel bauen aber der herr der ihn bauen wollte der ist schon wieder verschwunden ach so ich gehe mal runter genau das kind werkzeug das macht nichts du hast hände haben wir noch reisen für eine spitzhacke für ein ufo selbstverständlich dann bau ihn doch bitte meine ich hatte da ist die holzkiste die feuer kann man hier oben rauf machen zombie wo ihr habt ja schön gebaut hier wo das camp war diese ofen und brennofen und feuerecke ist cool geworden und die kleinen kerzen halt da sind ja auch geil ja sind alle neu ja nicht gar nicht guter ufo mann wo bist du da bist du hier bitte schön hast du denn auch was zum reparieren reparaturset für spitzhacke meinst du ja die stripes ja die kannst du ja umwandeln in die stripes damit die spitzhacke reparieren kannst damit die die nicht immer wieder kaputt geht noch erst seit zwei jahren hatte ich hier sammeln mal das iron ingot auf daraus kannst du wieder rohre machen ok war ihr seid aber schon ganz schön habt ihr auf screen offline auch spielt nein außerhalb der aufnahme so weit seid ihr schon mal 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 es ist full moon normalerweise kommen sie doch dann aber heute irgendwie los kommt her ich hab ne achst meistens kommen sie dann immer am vormittag die bahn hat verspätung die sprügel abzuholen hier ist die toilette total nervig finde wenn du die armen brust hast dann fängst du an zu zittern wie ein blöder mit der lampe aber wenn du die pump kann nimmst dann ist ja ganz ruhig ja kann doch nur in deinem interesse sein oder mir noch so eine kerzenlampen auch hier in den vorratskisten aber nö die kannst du ja aus tellow beziehungsweise aus dem schmolzenen fett gedöns halt ja danke und den plantfibers kerzen basteln da oben rechts in der kiste ich hör was ja da fühlt sich immer mit dem zombie ich sehe es ach dahin eigentlich voll in die maps das tut mir leid überhaupt nicht mops geschwindigkeit so viel habe ich auch mal ein bisschen schlecht die wissen wenn ich weibliche zombies könnte aber noch nicht angefangen mit dem krieg warst du mal beim schlussverkauf alter kann man eigentlich diese kerzen machen wie heißen die kernl mit c sonst in der mitte das tellow und eins drüber die plantfibers wie kentleit in der röhe hannet sie mussten me you'll lift your own life wie schön die tote blöder stein Das reicht mir. Jetzt habe ich acht Kettel. So, Wildgeist, du passt auf Zordern auf, oder? Die komische Lampe da unten. Wieso glaubst du? Glaubt ihr, man muss auf mich aufpassen? Es ist ein leuchtender Zombie da. Ich gehe mal hier unter das Vordach. Das ist mir gerade so irgendwie lieber. Könnte nach Regen aussehen. Ja, oh ja, oh, guck mal, oh ja, ganz viele Wolken am Himmel. Wie schaut das aus? Möchte dann jemand mit mir zur Höhle? Ja, ist sie. Du kommst mit einem Hupfduck kommst du hoch. Also quasi hüpfen, ducken, genau. Hupfduck. Möchte dann jemand mit in die Höhle? Willst du jetzt zur Höhle? Ja, um fünf würde ich aufbrechen. Also zusammensammeln und dann los. Dann müsste ich mir noch eine Spitzhacke basteln, dann käme ich mit. Haben wir noch Eisen? Wir füllen auch mit in die Höhle, komm. Ich hab das Eisen. Dann mach dem Herrn Z mal bitte ein S. Dem Herrn Z. Ach, meine Helmlampe, nee, war. Ist nur Sand unten in diesem komischen Tunnelloch. Wo ist denn der Herr Z? Hinter dir. Hier. Danke sehr. Hast du was zum reparieren? Ähm, ja. Hab ich. Komm, ich kenne nicht mehr raus aus diesem Beschlossenen Loch hier. Hast du irgendwo Eisen? Ich hab noch so ein bisschen hier gerade aus den Steinen rausgeprügelt. Komm, ich kann das dazu packen. Meiß raus, gib's her. Meins, 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 meins. Was ist denn das? Ach, Broken Glass ist das. Broken Glass. So, ich setz gleich mal einen neuen Wegpunkt für die zweite Höhle, weil die erste war nicht gerade ergiebig. Okay. Ja, Höhle. Ähm, könnte einer von euch dann... Ach nee, ich mach hier mal ein paar Reba Frames. Ähm, normal Wood Frames, dass wir uns dann zur Not hochbauen können. Ja. Vergesst nicht, mir viele Steine mitzubringen. Ja, machen wir. Vergesst noch ein paar Candles für die Höhle herstellen? Ähm, kannst du machen. Jo, damit wir zurückfinden. Ach, die soll zum An-ne-Wand-Bappen. Genau, Fackel links, das springt's. Genau, Fackel links, das springt's. Fackel rechts, das schmeckt's. So. Hop, hop. Also, ich stehe vor der Tür und warte dann auf euch. Ja, ich mach nur schnell die Candles, dauert noch zwei Minuten. Warum komm ich in die blöde Kiste schon wieder nicht rein? Hm, welche? Oben in der Mitte. Also, das ist auch Höhlen wegen mir. Deswegen komm ich auch nicht rein. Hat die eine abgeschlossen oder so? Nö. Nee, die ist, das hatten wir doch beim letzten Mal in der, an der rechten Seite, in der, in der Mitte. Da ging die auch nicht auf. Die geht jetzt wieder auf, die oben geht wieder nicht auf. Das ist zum Mäusemelb. Nee, da komm ich auch nicht ran, in die Mitte oben. Ich weiß nicht mehr, was ich da reingeschmissen hab. Naja. So, das war nichts Wichtiges. So, ich geh nach unten. So, ähm, wo ist Zordon schon wieder? Ich steh ja immer nach unten. Der Ufo-Mann ein Bogen. Ja. Wo unten? Ich seh dich nicht. Ach, da hinten. Wir müssen hier lang. Äh, Süden dann. Also. So, wenn Ufo dann da ist, geht's los. Juhu. Sonnenlicht. Fertig, fertig. Erst mit Strahlen. Oh, ihr habt ja Helmlampe. Cool, ich hab sowas ja nicht. Willst du meine mitnehmen? Habt ihr Essen und Trinken? Ja, absoliert? Ja. Sollte reinstehen. Wenn du hier bleibst, nehme ich die. Ja, dann musst du nochmal hochkommen. Ja, komm mal. Wartet kurz, ich hol mir noch eine Helmlampe. Hi. So, die Frau will Steine. Bitteschön. Danke. Bessen Danke zu sagen. Äh, 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 hab ich die jetzt schon? Ach da. Ich hab da schon jetzt schon abgenutzt. Ja, die hab ich so gekriegt, dafür kann ich nichts. Können wir mal ein Auge zu drücken. So. Ich musste dich beim Herrn Shadow Skulls beschweren. Der hat mir die gegeben. Ja, denn der ist ja bekannt für seine abgenutzten Helmlampen. Die Sau. Früher, beim Militär haben wir immer abgenutzte Lampe genannt. Unsere Einheit. Meiste Lampe. Meiste Lampe. Damals in Vietnam. Der Delfino redet gar nicht. Was ist denn da los? Nö, nö, ich bin nicht da. Ach so, Delfino, kommst du bei uns mit oder bleibst du am Haus mit? Also, er steht mal neben mir. Hm, genau, ich bewache das Haus. Er steht neben sich. Als eine Horde kommt. Richtig. Na ja, tschu. Äh, kommt der Wildgeist bei uns mit? Dann sagt uns sofort Bescheid, dass wir ja nicht in die Nähe kommen. Ach, vielen Dank. Okay. Blödsinn. Was für Steine? Stinknormale. Steinige Steine. Nein, keine Steine. Brauchen die Lampen eigentlich Energie oder brennen die immer? Keine Steine. Aber die Helme können sie dir kaputt klappen. Also, du kannst sie, glaube ich, auch nicht reparieren. Leider nein. Nicht mal mit Metal Strips? Steht da nichts dabei, oder was? Nicht, dass ich wüsste, nö. Das ist ja meine... Ja, Leute, leider müssen die Zuschauer wahrscheinlich auf die nächste Folge warten, wa? Ne, ne, das passt schon noch. Echt? 21 Minuten schon? Ja, ja, also die Zeit... Machen wir dafür länger jetzt. Genau. Längere Folgen, ja? Ach so. Jupp. Ach so. Das ist unser Konzept und hoffen, dass es besser ankommt. Ja. Ich habe ja mal gehört, der Durchschnitts-YouTuber mag so höchstens drei Minuten langer Videos. Mit 18 Schnitts. Bei Leuten, die er nicht kennt. Die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr so hoch ist bei den Menschen. Ja, bei den Jungen, das muss man dazu sagen. Aber wir machen ja Oldschool-Videos. Genau. Genau, für die Generation 30 plus. Genau, anspruchsvoll. Ach, nehmen wir mal da die Steine rein. Anspruchsvolle Videos für den reifen Herrn. Genau. Das klingt jetzt... Das klingt falsch. Verstörend. Irgendwie, ja, ja. Aber du hast es gleich gemerkt, das ist doch schon mal vorteilhaft. Ja, ja, ja. Ich finde das voll in Ordnung. So musst du mal eine Folge nennen. Das anspruchsvolle Video für den reifen Herr. Da hast du Klicks drauf, das kann ich dir sagen. Und dann noch das entsprechende Thumbnail. Ui. Die alten Ferkel. Ich habe schon mal auch überlegt, ob ich nicht auch mal eine Serie mache, wo ich zu einem Spiel, wo ich tatsächlich so richtig krass schneide und nur die Höhepunkte und so. Damit keiner vorspulen muss, ne? Nur so, dass die... Dass die... Dass die Legastiniker mit der geringen Aufmerksamkeit spannen, dass ich die auch mit... Anziehe in meiner Zielgruppe. Ist ja egal. Du musst dann halt viele Lichteffekte machen. So ganz viel flackern und so. Das es total wahnsinnig macht. Wahrscheinlich jetzt reicht schon täglich an drei Minuten Vlog zu machen. Hab's ja gefunden. Und auch für 100-Jährige noch Videos machen. Und noch langsamer sprechen. Ganz, ganz langsam spielen. Ich bin da mal online. Größer sein? Da mal online. So, das ist eine steile Höhle hier, ja? Gibt es halt weg? Ach, da hinten. Dann gucken wir doch mal. Ich warte am Ausgang auf dem UFO. Ja. Ein Bildgeist? Hast du eine Speziale? Also, ich bin immer noch nach wie vor begeistert von dieser Grafik. Ich finde nicht, dass das Arc so eine... Guck mal in der Umgebung auf sich. Guck mal in der Umgebung auf sich. Gummis anschläuchen. Oh ja, Arc bin ich auch T'Challa-Fan. Aber so unglaublich geil ist es auch nicht, ne? Das ist cool, aber... Also, die Grafik war nicht jetzt. Das ist so ein Urschwärm, als wäre so was noch nie da gewesen. Gut, okay. Ich habe jetzt auch nicht die volle Performance. Ne. Also, es ist auf jeden Fall echt cool. Macht Spaß. Hier sind ja steile Agnete. Ich habe so nichts gefunden. Ach du Scheiße. Das geht hier aber wirklich steil runter. Darum habe ich Frames mitgebracht. Ich komme. Wo denn? Das ist ja... Warte mal. Hör mal auf, da zu schlagen. Guck mal. Guck mal, wie das da aussieht. Es sieht aus wie das Spider-Man-Zeichen. Wenn du da auf die Felswand guckst. Der Schatten. Spider-Man-Zeichen. Abgefahren. Alter, was ist das für eine krasse Hülle hier? Ich bin für ein Spider-Man. Gibt es da viel zu tun? Da geht es runter und wie? Spider-Schwein, Spider-Schwein. Oh oh. Was geht denn? Ich bin runtergefallen. Ja, der Boden ist eingebrochen, ist das krass. Das macht es hier schon wieder. Oh, ich sehe das. Du hast dich da durchgeprügelt irgendwie, ne? Nein, nicht geprügelt. Der Boden ist eingestürzt. Geh nicht an den Rand hin. Oh Gott, ist das tief hier. Aber das Wasser unten, oder? Okay, Grotten-Olme? 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 Oh ja, die müssen sie dringend einführen. Sie sind süß. Grotten-Olme sind was Tolles. Ah, Kohle, sehr gut. So, warte schnell hier. Gewechselt. Oh, Kohle. So, ich baue mir mal einen Weg irgendwie hier raus. Wo ist das? Ich glaube, du bist so, oh Gott. Aber dann pass auf, dass du nicht hochunterfällst. Ja. Ist dir irgendwo Kerzen aufgestellt? Wo knurren die eigentlich? Kleben die hier irgendwo in der Wand fest oder so? Warte mal, ich glaube, das sind die Unterfässer? Nee. Heiße. Gesundheit. Danke. Shit, wo ist das da? Prostata? Okay, ich muss mich hier rausschlagen. Wieso kann ich hier nicht schlagen? Ich glaube, da muss Kies gewesen sein, wurde durchgebrochen. Das war der Stein, bricht nicht ein. Shit, irgendwie sitze ich hier fest, glaube ich. Oh, gut. Ach, da. Oh ja. Und von der anderen Seite kommt ein Zombie. Warte mal, den versuche ich mal zu erwischen. Von hier. Was? Von welcher Seite? Ja, von über dir. Der würde dann gleich runterkommen. Der soll sich durchschlagen am besten. Und kriege ich mit der Hacke keinen Stein abgebaut? Kann mir das mal jemand erklären? Wie der Spitzhacke? Kriegste, dauert nur. Ich habe die falsche Hacke bekommen, weil ich habe innen nur mit irgendeinem Ding dran. Das ist eine Gartenhacke, oder? Nein, das ist schon die richtige Urkauf. Richtig. Im Normalfall mit der Orangenen brauchst du, glaube ich, sieben Schläge für einen Stein. Also, du glaubst nicht, wie tief das hier ist. Da, wo du bist. So, warte mal. Ich versuche mal irgendwie, dass ich hier rauskomme. Mach doch nicht so eine Panik. Unten im Höllenschlund, Alter. Du bist ja bestimmt 20 Meter tief gefeiert, oder? Wow. Das klang nicht gut gerade. Ja, hier ist was eingestürzt. Schon wieder? Also, er hat sich nicht geändert. Shadow stirbt noch regelmäßig. Ja, er stürzt jetzt. Das ist aber auch schützt. Das ist komischerweise erst seit... ...zeitlich. Aber das ist ja das Geheimnis unserer Serie, ne? Das Setting ändert sich, aber die Leute bleiben gleich. Früher ist er nie gestorben. Früher war er immer total cool. Ist nie gestorben. Hat alles ran geschafft. Da war aber auch noch eine Frau. Das darfst du nicht vergessen. Genau, eine Frau, die alleine war. So, ich habe mich zumindest mal rausgekämpft. Hier, jetzt komme ich nach oben. So, zumindest bringe ich mal genügend Steine für die Frau jetzt dann mit. Sehr gut. Ich bin auch am Steine sammeln draußen. Aber eins hat sich nicht verändert. Ich töte noch genauso gerne. Und im Normalfall auch genauso gut. An die NSA, wir spielen hier nur ein Spiel, ne? Also, das ist... Nein, ich töte auch die, wenn es sein muss. Wir würden, wenn wir nicht die Möglichkeit hätten, solche Spiele zu spielen, würden wir wirklich töten. Würden wir töten, ja, ja. Unser Ventil. Lasst es uns. Lasst es uns. Richtig. Wir würden echte Zombies töten, wenn es welche geben würde. Ach, gehen wir durch die Stadt. Die gibt es. Äh, ja, gut. Das stimmt. Gerade in Deutschland. Naja. Aber das sind die schlimmsten, zwar in mir, so. Wo bin ich hier gelaufen? Oh, die haben irgendwie, haben die hier 95% der Leute, hat nur schlechte Laune, habe ich manchmal den Eindruck. Da gucken sie einen immer ganz böse an, wenn man nur mit Grinsen durch die Stadt läuft. Halt die Fresse. Schlechte Laune haben nur was rumzummeckern. Und hier, wie liegt denn hier aus? Wofür bezahlt ist denn hier? Ja, ja. Immerhin, sie haben nicht Laune. Es gibt ja die Leute, die bewusst immer wegschauen. Gezielt. Oh, in Wien. Irgendwie mit denen anschlossen. Haben wir eigentlich zu Hause noch irgendwelche Reparatur-Dinger für Äxte oder so? In Wien ist das anders, weil in Österreich sind doch alle total entspannt, oder? Okay. Musst du in der Kiste gucken, da sind Iron-Ingots drin. Also hier in Berlin habe ich den Eindruck, dass sie eigentlich alle nur noch hetzen, hetzen, hetzen. Von links nach rechts, Straßen werden zum Prost, zum nächsten Termin, alle sind am besten. Ja, das ist das Schlimme geworden, der Stress überall. In der welcher Kiste? In der da, in der Mitte. In der Mitte, da wird dauernd nichts, da haben keine Strafe. Nee, aber da ist Iron-Ingot drin, da kannst du dir ein Ingot nehmen. Daraus kannst du diese komischen Metallstreifen machen. Daraus machst du die Rohre und aus den Rohren machst du die mit Metal-Strips zum Reparieren. Ist hier gerade irgendwo einer in der Kohle vorkommen? Ja. Da buddel mich aus. Wo bist denn du? Im Kohle-Vorkommen. Ist der bei der in der richtigen Kiste? Ja, Licht, Licht. Ich sehe es. Ja, hallo. Wahrscheinlich heißt du das Ding. Hey, da kommt er. Vermutlich. Ich stelle dir welche her, warte. Okay, cool. So, da geht ein Weg nach unten. Ich höre es in Höhlen, da hinten. Meinst du hier, sind Viecher drin? Natürlich, hier gibt es sogar diese komischen Zombies, die du fast nicht kaputt bekommst. Oh, weia. Da müssen wir ein bisschen bei mir bleiben. Ja du, gerade wo du rübergerannt bist, da ist ich wieder runtergefallen. Ehrlich? Ja. Es liegt an Shadow. Ich wieg zu viel, verdammt. Warte, hier der Kino. Selbst in der Abo-Karte muss ich nicht dazu viel was zu essen. Oh, jetzt hat sich einer. Regenerate es. Ja, ich muss den Medikit nehmen. So. Ah, cool. 62. Müssten reichen, oder? Ja, ich habe gerade noch so quasi, ich glaub den letzten Strich noch drauf. Was ist das hier für ein Zeug? Wenn's nicht reicht, ich hab noch welche. Was denn? Was da oben in der Wand ist, das weiß ich, das ist Potassium Nitrat. Sehr gut. Pass auf den Kies auf, der runterfällt. Oh, nur kein Schluss. Entschuldigung, Entschuldigung. Mensch, du bist mir voll in die Spitzhacke geraten. Jetzt geht's aber los, Jungs, he? Ich hab dir den Ausholknopf schon gedrückt, da bist du dann langgerannt. Ich konnt's nicht mehr rückgängig machen. Ich bin mir sicher, die finden das Gold in der Höhle und bringen sich die gegenseitig um. Weil wir ziemlich dämlich sind. Richtig. Hat sich eigentlich einer den Weg nach Hause gemerkt? Äh. Ihr braucht's nicht mehr nach Hause. Halon. Wir sind doch jetzt zu Hause. In der Höhle, richtig. Wir haben doch alles, was wir brauchen. Und ich komm dann alle zwei Tage mal runter und bringe euch was zu essen, oder was? Ja, wir haben uns da hin. Ein bisschen durchfegen mal, oder so, aber. Eine Kartoffelsuppe, bitte. Das hab ich nicht. Das wird schwierig in der Höhle. Ich hätte... Ich hätte... Ich weiß nicht. Eier mit Speck. Oder Miso-Suppe hätte ich. Eier mit Speck hab ich auch. Ich werde jetzt dann... Leute, lasst mich doch nicht alleine, hier sind so komische Höhlengeräusche. Wo bist du denn? Das sind Zombies. Ja, und keine Sorgen. Das sind nur Zombies. Ich glaub, hier sind wir reingekommen. Oh, Alter, hier gibt's ja viele Trichter. Da kann man auch noch lang. Da hab ich eben schon mal ein bisschen aufgeräumt von Zombies. Ich glaub, da hinten gab's Eisen, oder? Das ist doch auch ein Loch. Eisen mitbringen. Eigentlich könnten sie noch Zombies einführen, die so... ...ganz krass aus der Wand rauskommen und ganz leicht schreien. Also, dass man so einen Ursten schreckt hat. Ja, bringen die mal nicht auf Ideen hier, die Leute. Richtig. Vor allem bei der Aufnahme ist das dann super, weil Frau... ...in meinem Fall dann loskreicht, wenn der aus der Wand kommt. Genau. Das gibt fix. Liebe Funpimps, ihr habt nichts gehört. Also, das ist Blei. Hat einer schon Eisenvorkommen entdeckt? Nee, ich bin immer noch bei der Kohle. Falls du dich wunderst, dass du alleine bist, wir sind woanders. Ach so. Ja. Nö, ich wundere mich ja über gar nichts mehr, Leute. Das ist Eisen. 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 Eisen mitnehmen. Ich wollte wenigstens ein Stack Kohle voll machen, weißt du? Hier ist eine ganz große Höhle mit Zombies drin. Ja, viel Spaß. Ich hab's schon noch gemerkt. Ach so, alle. Liegt eine Leiche? Eine Leiche in der Höhle. War das schon wer? Nee, das ist nur so eine angefressene. Ist die Höhle auch auf der Map zu sehen dann? Die Gänge und so. Ach Mist, ich hab ja jetzt meine Spitzhacke zu reparieren. Bist du jetzt kaputt? Ja. Nein. Oh Gott, ich bin so ein Loser. Gibt's keine neue mehr. Nee. Komm, das geht nur noch nach oben weiter, oder? Ja, meine meine. Ich bin so ein Loser. Schreib bitte in die Kommentare. Nein, du bist kein Loser. Nein. Schreibst irgendwas beim Ufer rein. Er freut sich immer. Derbeiniere ich euch alle. Alle Zuschauer. Genau. Die Höhlen sind aber auch sehr geil, oder? Ja, doch. So, ich baue weiter Eisen ab. Wie kommen wir wieder raus? Ich habe Frames mit dabei. Zur Not schlagen wir uns raus. Frames will be Frames. Da, warum es doch auch ein Eisener Decke ist. Das schmecke ich doch. Schade, dass wir keinen Granatwerfer haben, um es herauszufinden. Oder ein Dynamite. Oder ein Raketenwerfer. Ihr seid verrückt. Dann ein Nissenbohrer. Gab's das hier nicht? Hier gab's doch so einen krassen Bohrer, oder? Ja. Den haben sie, glaube ich, mittlerweile leichter gemacht. Weil früher, wenn du den benutzt hast, das war ja ohrenbetäubend. Der ist tatsächlich nicht mehr so schlimm, nee. Ich kann mich erinnern, da habe ich auf ein Let's Play geguckt und habe dann abgestattet. Wegen diesem Bohrer, weil er so genervt hat. Aber bei Hirnsturz. Das war wohl eher Hörsturz, dann. Hörsturz, ja. So. 30 Potassium-Nitrat. Und Bräckchen. Dann gucke ich mal, wo die Herrschaften so sind. Wir sind in einer Höhle. Danke. Beim Eisen. Ich kaufe dir gleich da. Dazu musst du mich erst finden. Oh, ihr seid irgendwie weiter links von mir. Hat einer Fackeln gesetzt, damit er uns findet? Nicht nötig. Ich habe ganz am Eingang ein paar Candles gesetzt. Ich kann euch bereits riechen. Ich bin's nicht. Ich glaube, Zorda mutiert gerade zum Zombie. Nein, nein, das ist ganz normal. Das ist immer so. Wenn das so weitergeht, müssen wir ihn zum Abschuss freigeben. Ich will, ich will, ich will. War klar. Irgendwie könnten wir einführen, dass immer irgendeiner, der Zuschauer weiß, aber nicht welche, im Schluss der Folge erschossen wird. Super. Die Zuschauer dürfen das wählen, weißt du? Dann haben sie eine Motivation zuzugucken und Kommentare aufzuschreiben. Genau, wie bei so einer blöden Serie. Und ihr könnt bestimmen, wer als nächstes rausfliegt. Genau, somit abwählen. Fahr los. So, und wie schauen wir das aus mit Steinen? Der ist denn der mit dem Helm? Ist es dir Wildgeist? Ja. Ich sehe den Namen nicht über deinem Kopf. Du stehst hier bei Zorda, ja? Ja. Ah, okay. Frage, habt ihr Steine für die Frau mitgenommen, sonst wird die Böse? Ja. Ich habe einen Alibi-Stein oder zwei oder drei. Ich habe neun. Ich habe 53 Gravel-Hüfte-Druck weiter. Das ist super. Ja, ich habe die Smallstone, habe ich mir zwei Stück draus gesammelt bis jetzt. Jetzt ist es schon wieder. Das ist ja jetzt für meine Hacke, Alter. War da schon eine? Waren wir da? Schaust du noch was zum Reparieren? Habe ich noch. Hey, Idiot. Ich habe die nicht repariert und dadurch hat sie sich in Luft aufgelöst. Ach so. The Shadow. Wie ich das vergessen habe. Allzu tragisch. Tragische Ereignisse. Hat eigentlich einer eine Idee, was man aus diesen Pilzen machen kann? Wisst ihr da schon irgendwas in dem Rezept oder so? Nö, noch nicht. Ich wollte mich eigentlich schlau machen, aber ich habe das irgendwie... Guck mal, Drogen. Verpeilt. Ich würde jetzt eher an Pilzsuppe denken oder Pilzkaninchen-Eintopf. Ach, was weiß ich nicht. Ja, so Kaninchen-Ragout oder... Na, wie das, wenn es ins Du geht, das weiß ich ja schon. Ja, das... Mit Kaninchen geht das, glaube ich, genauso. Ja, das ist... Danke fürs Einschalten, liebe Freunde und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.